Ja ihr Lieben, neben den ganzen Wer-ist-Videos, die jetzt hier auf dem Kanal zum Thema Godzilla erschienen sind, gibt es ein weiteres Thema, was ich in den Kommentaren immer wieder gelesen habe. Ein Thema, mit dem ich mich vorher nie wirklich auseinandergesetzt hatte, nämlich, Tobi, kannst du mal ein Eisberg-Video zum Thema Jurassic Park machen? Und ich habe mir am Anfang gedacht, was zum Teufel ist ein Eisberg-Video? Und ja, ich muss zugeben, erst vor wenigen Wochen habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und mir diese ganze Eisberg-Thematik mal ein bisschen genauer angeschaut und habe mir dann gedacht, ey, eigentlich voll die coole Idee. Ja, diese ganze Eisberg-Thematik hier auf dem Kanal wird jetzt auch eine Art von Format werden. Ein Format, das allerdings mit absehbarer Zeit dann auch ein Ende haben wird. Denn ich werde jetzt nicht einfach nur einen großen Eisberg von der gesamten Jurassic-Thematik machen, nein, wir gehen jetzt hier auf diesem Kanal alle Jurassic Park und Jurassic World Filme durch und thematisieren sie in diesem Eisberg-Format. Und ja, natürlich, je nachdem, wie gut das Ganze bei euch ankommt, werden wir das auch noch weiter ausschmücken, möglicherweise auch nochmal zur Netflix-Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous oder auch Chaos Theory oder aber auch fürs Godzilla-Universum. Ich werde auf jeden Fall mal ein Auge drauf halten, wie diese Eisberg-Thematiken bei euch da draußen ankommen. In diesem Sinne würde ich sagen, legen wir jetzt einfach los mit dem Eisberg von Jurassic Park 1993. Viel Spaß! Bevor wir jetzt richtig mit der Thematik hier reinsteigen, ich weiß nicht, warum ich das gerade so theatralisch gemacht habe, sollte ich vielleicht mal ganz kurz erklären, was überhaupt so ein Eisberg-Format ist. Denn ich könnte wetten, dass so ein paar von euch da draußen das auch nicht wissen und sich denken, ist das irgendwie was Cooles? Es hört sich irgendwie echt blöd an und ich finde, ja, Eisberg-Format hört sich echt extrem nichtssagend an. Bei einem Eisberg-Format geht man im Endeffekt verschiedene Schichten eines Eisbergs durch. Das bedeutet, man beginnt an der Spitze des Eisbergs und redet über ein bestimmtes Thema, über Fakten, die eigentlich jeder weiß. Als Beispiel das Thema Jurassic Park. Ganz oben an der Spitze könnte etwas stehen wie Das CGI in Jurassic Park ist wirklich bahnbrechend. Je weiter wir dann nach unten gehen in diesem Eisberg, umso mehr gehen wir in die Tiefe und besprechen bestimmte Dinge, Hintergrunddetails und aber auch Fakten, wo selbst hartgesottene Fans dieses Themas sagen, okay, krass, davon hatte ich keine Ahnung gehabt. Das heißt, wir beginnen jetzt hier mit der ersten Schicht und arbeiten uns dann nach und nach immer mehr in die Tiefen des Jurassic Park-Universums ein, dabei aber reduziert auf den allerersten Jurassic Park-Film von 93, denn da gibt es schon einige sehr interessante Details. Legen wir also los und wie gesagt, lehnt euch zurück und genießt die ganze Show. Es kommt einiges an interessante Informationen auf euch zu. Jurassic Park ist nicht einfach nur ein Meilenstein der Filmgeschichte, sondern ebenfalls ein kulturelles Phänomen. Während die meisten Fans die Hauptgeschichte und die ikonischen Momente definitiv kennen, verbirgt sich unter der Oberfläche eine Vielzahl von Details, Geheimnissen und Trivia. In diesem Video tauchen wir jetzt Stück für Stück tiefer in den Jurassic Park-Eisberg ein. Also haltet euch fest, es wird holprig, genau wie ein Ritt in einem Ford Explorer durch einen Dinosaurierpark. Beginnen wir mit der obersten Schicht, der Oberfläche. Bekannte Fakten zum Jurassic Park 1993. Die revolutionäre CGI-Technologie. Ja, Jurassic Park war einer der ersten Filme, die CGI in dieser grandiosen Qualität verwendet hat. ILM oder auch Industrial Light and Magic setzte Standards, insbesondere bei den Dinosauriern wie zum Beispiel auch dem T-Rex und den Velociraptoren. Die bahnbrechenden Szenen mit dem ersten T-Rex-Auftritt kombiniert mit CGI und animatronischen Modellen von Stan Winston Studios. Ja, tatsächlich sollte Jurassic Park nämlich ursprünglich ein Stop-Motion-Dinosaurier-Film werden, beziehungsweise es sollten die Dinosaurier in diesem Film per Stop-Motion in den Film reingesetzt werden. Während den Anfangsplanungsphasen zum Film, kurz bevor der Dreh beginnen sollte, kam man dann jedoch mit einer revolutionären CGI-Technologie um die Ecke, welche Steven Spielberg für seinen Film unbedingt benutzen wollte. Man könnte im Endeffekt sagen, wäre Jurassic Park ein oder zwei Monate früher entstanden, hätten wir möglicherweise einen Jurassic Park Stop-Motion-Film gesehen, der vielleicht nicht ganz so ikonisch gewesen wäre, wie der Film, den wir bis heute immer noch lieben. Der Film basiert auf Michael Crichtons Roman. Ebenfalls eine Sache, die wahrscheinlich die meisten von euch wussten. Jurassic Park oder im Deutschen der Dino Park, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Michael Crichton aus dem Jahr 1990. Crichton selbst war an der Drehbuchadaption beteiligt, Steven Spielberg kaufte die Rechte, noch bevor das Buch veröffentlicht wurde, weil er so begeistert von dem Plot und dem Ideereichtum von Michael Crichton gewesen ist. Der ikonische Soundtrack von John Williams, ja, John Williams, musikklassisches Meisterwerk, insbesondere das Hauptthema von Jurassic Park, ist eines der bekanntesten Stücke der Filmgeschichte und prägt die emotionale Wucht des Films noch heute. Ich meine, ja, es ist natürlich kein Wunder, warum selbst spätere Filme wie Jurassic World oder auch jetzt der allererste Teaser von Jurassic World Rebirth diese Soundtracks ebenfalls wieder hervorhebt. Schon mit der allerersten Melodie, dem allerersten Ton dieses Soundtracks, wissen Fans sofort, dass es sich hierbei um ein Jurassic-Produkt handelt. Animatronische Dinosaurier. Neben den CGI-Effekten verwendete der Film ebenfalls bahnbrechende Animatronik. Der T-Rex-Roboter war so groß und schwer, dass er während der Dreharbeiten manchmal Fehlfunktionen hatte. Insbesondere, wenn er nass wurde. Und das hat tatsächlich hier und da zu kleinen Schockmomenten geführt. Unter anderem können wir auch eine Szene im Film selber betrachten, die so nicht ganz geplant gewesen ist. Die Szene, in welcher der T-Rex das Auto von Lex und Tim angreift. In dieser können wir sehen, wie der Kopf des Tyrannosaurus durch das obere Fenster des Fahrzeuges hindurch schlägt und plötzlich an der Seite die Fensterscheibe in sich zusammenbricht. Tatsächlich hätte dieser Abbruch der Scheibe eigentlich im Film überhaupt nicht passieren sollen. Und auch die beiden Kinder, die Schauspieler von Lex und Tim, waren total geschockt davon, weshalb die Schreie und die Panik von den beiden tatsächlich echt sind. Und Steven Spielberg hat einfach die Wahl gehabt, ja, die beiden aus diesem Schockzustand zu erlösen. Oder zu sagen, halt weiter drauf. Wir filmen das einfach, halt weiter drauf. Die beiden machen das super. Ich hätte ebenfalls zweites gewählt. Das ist eine unfassbar geile Szene und ja, ist eben dann im Endeffekt einem Zufall geschuldet. Der Box-Office-Erfolg. Jurassic Park war mit Einnahmen von über eine Milliarde Dollar einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und hielt diesen Rekord, bis Titanic ihn überwarf. Kein Wunder also, dass wir einen zweiten und sogar einen dritten Jurassic Park-Film bekommen haben, wobei der dritte dann ja, wie auch der Eisberg, für den Untergang des Jurassic-Ships verantwortlich gewesen ist. Aber dazu kommen wir noch. Tauchen wir jetzt einmal etwas tiefer zur Schicht Nummer 2. Weniger bekannte Details. Unter anderem die alternative Besetzung. Ja, niemand Geringeres als Harrison Ford lehnte die Rolle von Dr. Alan Grant ab. Stattdessen wurde Sam Neill in letzter Minute besetzt. Das Ganze geschah wirklich kurz vor knapp. Und jetzt kommen wir zu einem etwas kontroverseren Was-wäre-wenn-Cast. Denn niemand Geringeres als Jim Carrey sprach für die Rolle des Dr. Ian Malcolm vor, die schließlich dann an Jeff Goldblum ging. Könnt ihr euch einen Jim Carrey in der Rolle von Ian Malcolm vorstellen? Und das dürft ihr jetzt hier auf gar keinen Fall falsch verstehen. Jim Carrey ist ein grandioser Schauspieler, aber irgendwie verbinde ich Jim Carrey immer mit einem stark überdrehten, schon fast goofy Comedy-Charakter, der Ian Malcolm ja im Endeffekt gar nicht ist. Vielleicht tue ich hiermit aber Jim Carrey auch einfach unrecht, denn der Mann kann auch wesentlich ernstere Rollen spielen. Und vielleicht wäre er sogar ein besserer Ian Malcolm geworden als Jeff Goldblum. Die Dino-Kreationen basieren, haltet euch fest, nicht auf wissenschaftlicher Genauigkeit. Und ich weiß, dass das jetzt hier ein harter Schlag ist für alle Kritiker da draußen, die Jurassic World immer aufgrund eines Möchtegern-Fakts niederreden. Die Saurier in Jurassic World sind ja nur noch Monster und keine echten Dinosaurier. Ja, Steven Spielberg selber bestätigte, dass auch die Dinosaurier im ersten Jurassic Park-Film nach seiner Ansicht immer noch Filmmonster sind. Ebenfalls hat man sich bei der korrekten Darstellung in Anführungszeichen der Dinosaurier sehr viele Freiheiten gelassen. Die Darstellung der Velociraptor als Beispiel basiert eigentlich auf Deinonychus, einer größeren Dinosaurierart. Zu der Zeit der Produktion gab es nur sehr begrenzte Erkenntnisse über das Verhalten und Aussehen dieser Dinosaurier. Und Federn? Nein, Fehlanzeige. Es wurde erst später bestätigt, dass viele Dinosaurier federähnliche Strukturen hatten. Und ja, weil auch immer wieder die Kritik und der Kommentar kommt, das wird man ja nicht wissen können. Oh doch, tatsächlich kann man auch an versteinerten Überresten ganz genau herausfinden, ob dort federartige Strukturen in den Hautmustern hätten sein müssen. Das heißt, das Einzige, was diese Theorie noch davon abhält, ein wirklicher Fakt zu sein, sind wirklich minimale kleine Fragen, die eben noch offen sind. Man geht aber wirklich zu 99% davon aus, dass viele Dinosaurier damals tatsächlich eine Federstruktur hatten. Auch wenn es sich hierbei wahrscheinlich eher um Jungtiere gehandelt hat. Laut aktuellem wissenschaftlichen Stand verschwinden diese Federstrukturen nämlich mit der Zeit, wenn Tiere auswachsen. Das sehen wir auch ganz gut in der Apple TV Plus Dokumentationsserie Prehistoric Planet am Tyrannosaurus Rex, wo die kleinen Dinosaurier noch eine Art von Federkleid haben und der große T-Rex dann schon so gut wie gar nicht mehr. Ebenfalls wurde auch der Dilophosaurus komplett für den Film verändert. Das Tier war in Wahrheit wesentlich größer als die kleine Version, die wir im Jurassic Park Film sehen können und er hatte ebenfalls weder Kragen noch konnte er Gift spucken. All diese Essenzen wurden von Michael Crichton im Buch erst dazu gedichtet und Steven Spielberg entschied sich dann dazu, den Dilophosaurus noch einmal als kleine Variante in den Film einzubauen, da dann der Schockeffekt für den Zuschauer wesentlich größer werden sollte. Der Raptorenruf. Der ikonische Sound der Velociraptoren basiert auf Schildkrötenpaarungsrufen, Delfingeräusche und Walgeräusche. Und ja, wo die verschiedenen Sounds wirklich aufgenommen wurden, das könnt ihr euch jetzt selber mal zusammenspinnen, das habe ich so nicht rausgefunden. Ein versteckter und unfreiwilliger Cameo von Steven Spielberg im ersten Jurassic Park Film wurde nachträglich entfernt. Und ja, Steven Spielberg hatte in der VHS-Variante von Jurassic Park einen kleinen Cameo-Auftritt, in Anführungszeichen, denn seine Silhouette ist in den Bildschirmen in der Kontrollraumszene zu sehen gewesen. Laut offiziellen Angaben wurde dieser Fehler allerdings inzwischen korrigiert und sollte in der 4K und Blu-ray und DVD-Variante nicht mehr zu sehen sein. Ebenso hätte der Film eigentlich anders enden sollen. Ja, zum einen gab es eine ganz, ganz, ganz frühe Planung, in welcher, festhalten, John Hammond, die drei Velociraptoren, die am Ende Lex, Tim, Alan Grant und Ellie Settler jagen, mit einer Schrotflinte abknallen sollen. Von diesem Konzept gibt es allerdings nicht einmal wirklich echte Konzeptzeichnungen, sondern nur die Idee, die niedergeschrieben wurde. Ein anderes Ende, das wir wirklich beinahe gesehen hätten, wäre, dass nicht der T-Rex der Held des Films am Ende gewesen wäre, sondern dass Alan Grant die Velociraptoren mithilfe einer, in Anführungszeichen, Technik vertrieben hätte. Interessanterweise wird jetzt hier nicht darauf eingegangen, welche Art von Technik er hier benutzt hätte oder ob mit Technik eine Art von Körperhaltung gemeint war. Ich muss irgendwie sofort an Owen Grady denken und dass Alan Grant so die Velociraptoren auf Abstand gehalten hätte. Aber das wäre der ursprüngliche Plan gewesen. Und ja, ich gehe nicht davon aus, dass Alan Grant hier wirklich eine Art von Technik wie ein Computer oder ähnliches dafür benutzt hätte, weil das gegen den Charakter von Dr. Alan Grant gespielt hätte. Ich meine, dieser Mann hasst Technik seit Anfang des Films und das ist Teil seiner Figur. Ich gehe eher davon aus, dass man Alan Grant hier hätte mit einer bestimmten Bewegung, einem bestimmten Ruf, den er eben durch seine paläontologischen Arbeiten an Velociraptor-Fossilien gelernt hätte, in der Lage gewesen wäre, die Tiere zu vertreiben. Dann tauchen wir jetzt noch ein Stück weiter nach unten zur Eisbergschicht Nummer 3. Jetzt kommen wir langsam in die unbekannten Tiefen. Die unheimliche Ursprungsstory. Ja, der Roman von Michael Crichton ist deutlich düsterer und brutaler als der Film. Verschiedene Charaktere sterben im Buch, die im Film eigentlich überleben. Darunter Figuren wie John Hammond oder auch Dr. Henry Wu. Im Roman ist Hammond außerdem nicht der gutmütige Visionär, sondern ein egoistischer Geschäftsmann, dessen Ambitionen ihn und viele andere ins Verderben stürzen. Dunkle Themen im Subtext. Jurassic Park ist eine deutliche Warnung vor der Hybris der Menschheit und der Missachtung der Naturgesetze. Ian Malcolms Chaos Theorie dient als zentrale philosophische Botschaft des Films. Die Unkontrollierbarkeit von komplexen lebenden Systemen. Und ja, das ist quasi eine Eigenschaft am Film Jurassic Park oder ebenfalls auch am ersten Buch, was Jurassic World komplett fehlt. Wie gesagt, ich werde im Auge behalten, wie gut dieser Eisberg hier bei euch ankommt. Und wenn die Videos gut ankommen, werden wir uns auch noch bis zu Jurassic World durcharbeiten. Und dann werden wir mal sehen, ob vielleicht der Eisberg von Jurassic World auch mich noch einmal komplett umstimmen kann und mir Dinge zeigt, die ich vorher einfach nicht wusste. Deswegen, wenn euch dieses Video hier gefällt, liked das Ganze, teilt es und schreibt eure Meinung zu den verschiedenen Eisbergschichten in die Kommentare unten rein. Wir machen jetzt aber erstmal weiter. Die ursprüngliche Dino-Rampe. Ja, die animatronischen Dinosauriern wurden oft auf Schienen bewegt, was bedeutet, dass viele Szenen sorgfältig so gefilmt wurden, dass diese Schienen nahezu unsichtbar waren. Aus bestimmten Setzeichnungen können wir ebenfalls entnehmen, dass diese Schienen unter anderem auch als Fahrzeugschienen genutzt wurden, auf denen sich später im Film die automatisch fahrenden Fahrzeuge bewegen. Probleme am Set. Während der Dreharbeiten auf Hawaii wurde das Set vom Harry Kane in Nikiheim gesucht. Die Crew verbrachte einen Tag in Schutzräumen und einige Sturmszenen im Film basieren tatsächlich auf echtem Filmmaterial. Unter anderem hätte auch das Besucherzentrum beim Filmdreh ursprünglich fertiggestellt sein sollen. Die Bauarbeiten am Besucherzentrum, die wir im Film sehen können, sind tatsächlich echte Bauarbeiten von echten Bauarbeitern, denen man einfach kurzerhand Jurassic Park-Kleidung angezogen hat, damit das Ganze eben filmisch irgendwie besser rüberkommt. Und auch hier muss ich wieder sagen, das passt perfekt. Der Jurassic Park, der noch nicht fertig aufgebaut ist, macht einfach irgendwie Sinn. Das Ganze fühlt sich so zumindest sehr organisch an und ich bin nie auf die Idee gekommen, das mal zu hinterfragen, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass wir hier echte Bauarbeiten am echten Set sehen und man sich eben gesagt hat, komm, wir filmen jetzt einfach, das passt schon. Jetzt müsst ihr Tiefluft holen, denn wir tauchen runter zur Schicht Nummer 4. Wir kommen jetzt zu dunklen Geheimnissen der Interpretationen. Der Horror des Jurassic Park. Der Film hat Horrorfilmelemente, ganz klar. Horrorfilmelemente, die sich an Klassikern wie der Weiße Hai orientieren. Extrem nervenaufreibende Szenen wie die in der Küche mit den Velociraptoren wurden bewusst wie Horror inszeniert. Der Film ist ein gewaltiger Mix aus Steven Spielberg-Magie, Good-Feeling-Film mit bestimmten Horroraspekten. Diese drei verschiedenen Film-Kategorie-Schichten in einen Film reinzupacken, war ein genialer Schachzug von Steven Spielberg. Denn somit konnte er die Spannung des Films beim Zuschauer permanent auf eine neue Stufe bringen und die Spannung auch gleichzeitig wieder mit emotionalen Momenten etwas auflösen, die sich aber trotz allem sehr organisch in den Film mit eingewoben haben. Ian Malcolm ist ein Selbstporträt von Michael Crichton. Ja, viele Fans sehen Ian Malcolm als das alter Ego von Michael Crichton selbst an. Insbesondere durch seine zynische Haltung gegenüber Wissenschaft und Fortschritt. Denn das war mitunter einer der Punkte, warum Michael Crichton sich dazu entschieden hat, dieses Buch wirklich zu schreiben. Das Buch Jurassic Park soll, genau wie auch der Film, eine gewaltige Warnung vor unbedachtem Fortschritt der Wissenschaft sein. Ja, wenn wir uns so in der Welt umschauen und gucken, was AI inzwischen alles kann, würde ich sagen, wir haben einfach diese Warnung ignoriert. Aber dafür haben wir keine fleischfressenden Dinosaurier bekommen, die uns auffressen wollen. Der Tod von John Ray Arnold. Im Film verschwindet Samuel L. Jacksons Charakter Mr. Arnold einfach offscreen. Seine Aufgabe ist es hierbei, den Strom im Park wieder anzuschalten, um größere Kollateralschäden zu vermeiden. Die Szene wird dann jedoch so aufgelöst, dass Mr. Arnold nicht mehr zurückkehrt und deswegen Dr. Ali Settler sich auf den Weg macht, um herauszufinden, was dort eigentlich passiert ist. An ihrer Seite ist Robert Maldun und, naja, der wird dann irgendwann von Veloziraptoren abgelenkt, während Ali Settler herausfinden muss, dass von Mr. Arnold nur noch sein Arm übrig ist. Der Rest vom Körper fehlt eben einfach, was uns suggeriert, ja, der Mann wurde definitiv von einem Veloziraptor getötet. Ursprünglich sollte sein Tod allerdings gezeigt werden, aber das Set für diese Szene wurde durch den Hurricane zerstört. Noch dazu hat er Samuel L. Jackson keine Chance mehr, an das Set zurückzureisen, aufgrund dieses gewaltigen Sturms, da eben ein vorzeitiges Flugverbot auf Hawaii herrschte. Denn eigentlich hätten wir sehen sollen, wie Mr. Arnold wirklich auch in diesem Strombunker ankommt und dann plötzlich hinter sich die Silhouette eines Veloziraptors sieht, der ihn dann auf einmal aus dem Nichts heraus angreift. So ist dieser Raptor übrigens in diesen Bunker reingekommen, da Mr. Arnold eigentlich hätte einen Schuh, in den Türspalt liegen sollen, damit die Tür nicht zuschnappt. Als der Veloziraptor aber dann in den Bunker hereinläuft, hätte er dabei den Schuh mit nach innen tragen sollen und somit wäre dann die Tür geschlossen, es wäre stockdunkel gewesen und Mr. Arnold wäre hierbei von dem Veloziraptor gefressen worden. Ich finde es irgendwie okay, dass diese Szene fehlt, denn ich meine, der Schockmoment, dass Mr. Arnold wirklich tot ist, kommt so natürlich wesentlich überraschender rüber, als wenn wir das vorher auch im Film gesehen hätten. Der symbolische T-Rex, oder wie Mr. Heimuth im Deutschen sagt, T-Rex. Habt ihr gewusst, dass der T-Rex ganz bewusst als ambivalente Figur dargestellt wurde? Weder Held noch Bösewicht. Er repräsentiert im Film von Steven Spielberg nachweislich bestätigt die unbezwingbare Macht der Natur. Und ja, die Idee von Spielberg war hierbei natürlich auch eine Figur darzustellen, die eine ähnliche Metapher einer gefährlichen Situation ist, wie Godzilla selber. Denn wer es nicht weiß, Steven Spielberg ist ein gewaltiger Fan der Kaiju-Filme und ebenfalls auch von Godzilla selbst. Deswegen gibt es immer wieder bestimmte Referenzen zu den Kaiju- oder auch Godzilla-Filmen in den Jurassic Park und auch Jurassic World-Filmen. Als Beispiel wird der Satz von Ian Malcolm Was haben sie hier zu bieten? King Kong im ersten Jurassic Park gebracht, um eben eine Referenz an, ja, King Kong zu bilden. Und im zweiten Jurassic Park-Film wird das Ganze sogar noch etwas mehr hervorgehoben. Die gesamte T-Rex-in-San-Diego-Szene ist eine reine Referenz an alte Godzilla-Filme. Ebenfalls können wir sehen, wie eine japanische Gruppe vor dem T-Rex wegrennt und im Deutschen übersetzt so etwas sagen wie Deswegen sind wir eigentlich aus Japan abgehauen. Auch das Schiff SS-Venture im zweiten Jurassic Park-Film ist exakt der Name des Schiffes, welches King Kong damals von Skull Island aufs Festland gebracht hat. Also ihr merkt schon, hier sind einige sehr starke Referenzen vertreten. Auf die werden wir natürlich dann aber auch in kommenden Filmen noch weiter eingehen. Die Dino-Klon-Technologie. Ein ethisches Dilemma. Der Film wirft Fragen über Ethik in der Wissenschaft auf. Insbesondere im Hinblick auf Genmanipulation und das Spielen von Gott. Kommen wir jetzt zur fünften und letzten Schicht. Die Tiefen des Eisbergs. Verlorene Szenen. Einige geschnittenen Szenen zeigen mehr über das Leben der Dinosaurier im Park. Darunter eine Szene mit einem Baby-Triceratops, die nie fertiggestellt wurde. Von der wir aber wissen, dass die animatronische Figur dieses Babys tatsächlich existiert hat. Dunkle Produktionsgeschichte. Spielberg wurde kritisiert, nachdem ein Foto von ihm mit einem Modell des toten Triceratops viral ging. Viele dachten, das handele sich hierbei wirklich um eine echte Jagdaufnahme. Also ihr merkt schon, der große Aufschrei und diese Pseudo-Shitstorms gab es schon früher. Der wahre Albtraum des Films. Manche Fans interpretieren den gesamten Film als Metapher für die Angst vor technologischem Fortschritt und dessen Konsequenzen. Und ja, Michael Crichton selber hat das ebenfalls bestätigt. Der Erfolg des Films führte zu einer Flut von Sequels. Aber viele Kritiker sehen darin eine Verwässerung der ursprünglichen Botschaft. Das Leben findet einen Weg. Der wohl kryptischste Satz von Ian Malcolm wurde in der Wissenschaft tatsächlich diskutiert. Also in unserer Realität. Manche sehen es als Anspielung auf unvorhersehbare Mutationen in der Evolution bei sämtlichen Lebewesen, sowohl mikroskopisch klein als aber auch gigantisch großen. Einige Sounddesigner des Films berichteten, dass die Kreation der Dino-Geräusche psychisch belastend war, da sie oft aus aggressiven Tiergeräuschen zusammengesetzt wurden. Ja, denn die Tondesigner mussten dann natürlich die ganzen Paarungsrufe von irgendwelchen Schildkröten und anderen Tieren zu diesen Tönen zusammenschneiden, die wir später in den Filmen hören. Michael Crichtons Zweifel. Crichton selbst äußerte später Bedenken über die Richtung des Franchise. Insbesondere die Überbetonung der Action über den wissenschaftlichen und philosophischen Kern. Und ja, Michael Crichton begann damit, das Projekt Jurassic als Franchise zu kritisieren, als man über The Lost World Jurassic Park 2 begann zu sprechen, nachdem Teil 1 so erfolgreich wurde. Die Theorie des unbekannten Bösewichts. Manche Fans argumentieren, dass John Hammond selbst der wahre Antagonist des Films ist. Durch seine eigene Hybris und Ignoranz, die letztlich zu einer gewaltigen Katastrophe führte. Und das mehr als nur einmal. Nach dem Erfolg von Jurassic Park wurden viele wissenschaftliche Erkenntnisse über Dinosaurier noch einmal überarbeitet. Insbesondere die Tatsache, dass sie enger mit Vögeln verwandt sind. Ja, tatsächlich sprach der Film Jurassic Park genau das relativ früh wirklich auch offen aus. Ein offizielles wissenschaftliches Paper zu dieser Theorie gab es allerdings erst nach dem Film Jurassic Park. Viele Fans behaupten deswegen, dass die damaligen Wissenschaftler sich nur durch den Erfolg des Films dazu getraut haben, dieses wissenschaftliche Paper wirklich zu veröffentlichen. Ob das so stimmt, bleibt erstmal in den Sternen. Jurassic Park als moderner Mythos. Manche sehen den Film als zeitgenössische Nacherzählung der Schöpfungsgeschichte. Mit Hammond als eine Art von göttlicher Figur, die das Leben kontrollieren will, aber an ihrer eigenen Hybris scheitert. Ihr merkt also, Jurassic Park ist wesentlich mehr als nur ein Film über Dinosaurier. Deswegen verstehe ich auch Leute nicht ganz, die immer sagen, naja, Jurassic World ist doch cool, weil da gibt's Dinosaurier. Nein, die Essenz dieser ganzen Idee ist von Anfang an schon so viel mehr gewesen als einfach nur das. Genauso wie auch Godzilla, nicht einfach nur eine Essenz hat, dass sich zwei Monster gegenseitig kloppen. Nein, auch da gab es so viel tiefes Hintergrundwissen und dazu kommen wir vielleicht nochmal in einem anderen Video. Jurassic Park ist ein vielschichtiges Werk voller Geheimnisse, Innovationen und gesellschaftlicher Botschaften. Und egal wie oft wir den Film sehen, es gibt scheinbar immer etwas Neues zu entdecken. Und bereits nächstes Jahr können wir uns nun auf den schon siebten Film des Jurassic Franchise freuen und abwarten, ob sie hierbei den Ton des ersten Films wiederfinden. Und ich bleibe dabei optimistisch, denn um Ian Malcolms Worte noch einmal zu zitieren, das Leben findet immer einen Weg. Und so möglicherweise auch das Jurassic Franchise. Wir werden es sehen. Ja ihr Lieben, und das war jetzt hiermit mein allererstes Eisberg-Video, in welchem ich den Eisberg von Jurassic Park behandelt habe. Und wie gesagt, schreibt mir alle eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein, liked das Video, teilt das Video wie wild und wenn ich mitbekomme, dass ihr wirklich Interesse an diesen Themen habt, an diesen ganzen Eisberg-Strukturen, werde ich dieses Format hier definitiv auch weiter behalten und wir werden sowohl alle Jurassic Park als aber auch alle Jurassic World Filme durchgehen und auch im Godzilla-Universum dieses Eisberg-Format weiter ausbauen. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video, ihr Lieben, ich bünd' euch was, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschau, tschau.